Steinbach AG präsentiert den Vakuumsack. Seit 1981 ist die Steinbach AG ein verlässlicher Partner der Industrie. Der Bereich Forming & Conveying Solutions ist bekannt für seine Qualitätsmembranen aus Silikon- und Naturkautschuk sowie PTFE-Glasgewebe. Der Steinbach Vakuumsack wird mit einer speziellen Doppelnaht oder einer formschlüssigen Profilrahmendichtung konfektioniert. Genormte Ventilanschlüsse gewährleisten eine einfache Handhabung. Der vielfältige Einsatzbereich findet sich unter anderem in der Möbel- und Glasverarbeitung sowie im Tischlerhandwerk wieder. Das Trägerelement gleichmäßig mit Leim benetzen, anschließend das elastische Furnier passgenau positionieren und fixieren. Das Werkstück in den Vakuumsack einlegen. Ein U-Profil und das formschlüssige Profilrahmendichtsystem gewährleisten ein optimales Vakuum. Die Vakuumpumpe anschließen. Innerhalb kürzester Zeit wird durch die homogene Flächenpressung das Bauteil gleichmäßig umschlossen und fixiert. Steinbach Vakuumsäcke sind selbstverständlich auch für sehr hohe 3D-Formteile einsetzbar. Sie passen sich jeder gewünschten Form an, so dass das Verpressen der unterschiedlichsten Werkstücke problemlos leicht von der Hand geht. Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne. Kürzester Zeit wird durch das Verpressen der Hand geht.